Was ist jetzt los? Wir müssen uns aneinander hier stehen. Schau, gleich. Ah ja, gleich, gleich. Der Bauch ist dicker, deswegen schaut er gleich aus. Jetzt schauen wir mal, dass man einen Tisch trinkt, wie er jetzt. Heute wird er zuerst filmen und für die Fotografie. Der Bauch ist gut. Super! Eis, Eis, Eis! Eis, Eis! Eis, Eis! Gut? Gut? Nein! Sehr gut! Es war ja immer gut drauf, aber es ist schön wichtig. Ja, ja. Überall. Jetzt hat er die Riesenreste so. Ja, ja. Die Riesenreste. Herr Schäfer. Wollen wir gucken. Kannst du gehen? Ich glaube, dass ihr die Riesenreste damit getrennt habt. Sie war zwar ein Exposystem, das Alkohol hungry. Die Riesenreste, die Riesenreste, die Riesenreste. Wir erinnern, wir bis zum nächsten Mal. Was ist das? Da ist ja noch im Händischenreste. Wir beide sind jetzt alleあっzlösen und die Händischenreste. Die Riesenreste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020